und herzlich willkommen zu einer weiteren folge fortnite hier auf meinem kanal ob klick oder können bin es bin lasst ein abo da like die video schreibt es in die kommentare und aktiviert die glocke ich bin immer noch happy zu zeitpunkt aufnahme 15 abonnenten wir haben einen mehr danke falls du dieses video siehst ich weiß nicht ob du fortnite guckst aber danke freu mich tierisch wo kann ich raus hier ist was neu auf der karte okay ich glaube es wird eine ganz kurze runde wenn wir hier bei slurpy rausgehen wir haben den t fighter sorry nein 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 nicht nicht die den x-wing fighter die guten nicht die bösen ja das spiel muss ich auch noch zocken oh oh ich glaube es ist eine dumme idee hier runter zu gehen aber ducado ist positives zu sehen bei aber war hier was? juhu aber wir haben eine waffe wo ist sie? wir nehmen jetzt unseren highpoint die war noch nicht mit uns runter gekommen oder? wo ist sie? die waren noch nicht mit uns runtergekommen oder? die waren noch nicht mit uns runtergekommen oder? Oh yes, okay, die kommt raus, die kommt noch da oder das bleibt so, ne, ist mal unscheiß, die war doch nicht mit uns, oder? Ja, aber, hä, jetzt haben wir uns runtergekommen, super, gute Waffen, auch mitnehmen, medikit immer gut, also ich kann sowieso sagen, wir haben jetzt eine gute Starter, hä, aber hä, da ist doch jemand, bis uns runter ist, die Person gleich abgehauen, ich dachte, sie holt sich warte mal, wir treiben, oh ja, das nehmen wir erstmal mit, falls wir Auto fahren, haben wir das ja besprochen, das ist sehr wichtig, oh scheiß, hier müssen wir noch ein bisschen Material, oh ja, komm, wir bauen ein paar Paletten ab, ja, natürlich bauen wir ein paar Paletten ab, das bringt uns was, ne, wenn wir sie abbauen, die bringen schon immer sehr viel Holz, also, mal so, mal so, mal so, okay, wir bringen nicht mehr so viel Holz wie früher, oh, habe ich übersehen, da kommt es mit mir, okay, jetzt haben wir ein bisschen Muni, nicht sehr viel, äh, ich suche mir mal den, der hier war, Moni, jede Munitionskiste immer mitnehmen, noch ein Spritkanister, ah, Slöbis, hä, aber hier war doch jemand, coole neue Anni, Nation, ähm, ich höre Schlüssel, wir gehen mal hin, ich denke, wir sind hier, ist ja auch mal ein sehr beliebter Ort hier, hier im Wald bei der Hütte, wow, der war schon richtig down, alter Schwede, die haben ja ganz easy gehittet, ach, die kann man auch sammeln, die muss man nicht gleich nehmen, oh, ist hier, das ist auch für mich neu, ich spiele jetzt zu selten, ich, ich versuche jetzt immer alle möglichen anderen Formats zu spielen, ich spiele immer noch Star Wars Fallen Order, Fallen Order als Gefallener Order, der auch immer das da genau heißt, und ich habe so wenig Zeit nach der Arbeit, also, und das kommt hier am, ähm, am 13. November kommt hier auch noch raus, also, wenn das Video rauskommt, betreff ich nicht, kommt hier noch raus, wow, das war noch ein Kill, ich bin gerade so ruhig dabei, geil, kommt hier noch raus, hier, hier, äh, Cold War, da freue ich mich jetzt auch schon drauf, seitdem es besser vorbei ist, gibt es auch ein paar Videos auf meinem Kanal, also immer reingucken, reingucken, ich habe verschiedene Formate, zur Zeit auch sehr viele Test-Formate, können man aber auch wechseln, auf Wunsch würde ich auch was anderes bringen, cool, äh, dafür, dass es eben gerade so aussah, dass ich keinen Kill hole, mal schnell ein, zwei Kills geholt hier, läuft, denn wenn es immer so wäre, wäre ich ja richtig gut, und hier können es immer so laufen, so easy Kills, der eine wurde schon von dem einen so richtig down gemacht, dann war ein Kopfschuss, nice, Pilze, ich nehme euch mit, ihr seid zwar keine Champignons, aber, ich esse euch, äh, äh, sind das Bots? Das ist jetzt eine ganz, ganz ernsthafte Frage, sind das Bots? Weil das war ja, äh, zu leicht, Sluffy, ist auch, nehten die keiner mit? Ähm, dann ziehen wir das hier, einen haben wir noch, kann uns auch im Notfall das Leben retten, äh, cool, drei Kills, äh, startet ja richtig easy, die Aufnahme, cool, wo müssen wir hin, joa, können wir ruhig mal gucken, da wollte ich hin, da bin ich nicht hin, okay, äh, ja, was hatte ich gerade erzählt, ich freue mich auf Cold War, und ich habe verschiedene Formate, nicht vergessen, Glück oder können, und, äh, Instagram und Twitter unten in der Beschreibung verlinkt, guckt auch mal drauf, da erfahrt ihr auf jeden Fall, welches Video wann kommt, ich teile jeden Tag, äh, einfach mal reingucken, haha, cool, ey, 15 Abonnenten, naja, bitte, lass uns immer noch 15 sein, ja, ah, I love it, oh, das ist ein Bot, ah, Wolverine, scheiße, da ist eigentlich der andere, der auf ihn schießt, what? the hell, okay, ich glaube, das Video endet damit, dass wir, nein, nein, von Wolverine getötet werden, alter Schwede, äh, wir sehen uns gleich wieder, okay, he, 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 Runde Nummer 2, äh, das war so eine coole Killrunde, so schädlich, und dann treffe ich auf Wolverine, und ja, verdammt ist der Typ überpowered, verdammt nochmal, das wollte ich gar nicht, sah aber gut aus bis dahin, oder? Oh, wir gehen zu der Hütte von Ant-Man, ah, kommt mit, also nicht von Ant-Man, sondern von Ant-Ton, Ant-Man ist ja, ne, und Ant-Ton ist ja die Fliege, äh, Ant-Ton ist die Fliege, Ant-Ton für Ant-Ameise ist die Fliege, yo, was laberst du, nur scheiße, tut mir leid, mein X-Wing-Fighter, nicht T-Fighter, ich will ja nicht nochmal meine Rebellion beleidigen, ich bin ja nicht das Imperium, verdammt nochmal, okay, landen wir hier, uuuh, da geht die Hütte von Ant-Ton, nein, 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 nein Ja, ist doch ein guter Start für die zweite Runde, oder nicht? Ich habe doch jetzt aufgedrückt, habe ich nicht. Oder? Es ist ein guter Start. Ja, aber irgendwann waren hier noch Schüsse. Ich habe noch jemand gehört. Wir haben einen Tod geaxtet. Oh, Ness, ich kann nicht hoch. Ja, wir gehen mal in die Zone, würde ich sagen. Ja, Mann, ich wollte nicht auf Wolverine treffen. Der ist OP. Da bin ich gestorben. So ein Scheiß. Okay, mit der Jagd-Rundfinte sollten wir eigentlich keinen Ferndistanz-Schuss versuchen oder Kontakt. Hihihi, kommen wir nochmal, ne? Das sind mächtig böse Brandbomben, ey. Mächtig böse Brandbomben. Können helfen, können aber auch das Negativ-Beispiel machen. Yes. Sehr gut, sieht doch schon mal gut aus. Oh, yes. Oh, no, no, no. Mist, ich kann nicht bauen. Ich habe ja gar nichts im Inventar. Okay. Okay. Oh, kacke. Ey, yo, genau das brauchen wir. Ey, yo, wie alt bist du? Sagt man das heutzutage nicht mehr? Okay. Wir müssen in die Zone, verdammt nochmal ganz schnell. Los, 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 los. Au, ich habe gerade was gesehen, was mir wehtut. Äh. Okay. Hat zum Glück nichts mit euch zu tun. Hä, hä. Oh, nein, still noch dem Lock. Äh, äh. 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 Also ich glaube, der muss da rauskommen. Oder? Okay. Yes. Kill Nummer 2. Ich habe mir selber Schaden gemacht. Oh, oh. Oh, yes. Wenn die das haben und es nicht benutzen, wo ist es? Aha. Wer hat auf mich geschossen? Hä? Habe ich nicht Schüsse auf mich zukommen sehen? Komm schon. Der Thema? Hä? Noch ein Kill? Nein, nein. Oh, meine, meine Pump. Okay, also es ist glaube ich ein guter Ort, um zu falten. Ein schlechter Ort, um am Leben zu bleiben. Ich habe noch einen. Yo, ich sehe noch einen. Komm schon. Wenn jetzt sterben, sterben wir. Wenn nicht, nicht. Yes. Das läuft gut. Noch ein Gegner? Schlecht. Was ist das denn für eine Easy-Kill-Runde? Komm runter. Komm runter. Ey, was ist das denn für eine Easy-Kill-Runde? Runde Nummer 2 und auch schon wieder 6 Kills. What? Sind das Bots oder... Hä? Was ist das für heute für ein guter Tag? Einen Abonnenten dazu bekommen. Eine richtig geile Aufnahme in Fortnite. Geil. Geil. Runde Nummer 2. Richtig gut. Runde Nummer 1 waren 4, 5 Kills. 4, 4 Kills. Naja, wir können jetzt ganz geschillt in die Zone machen. Ja, wir gehen jetzt mal ganz geschillt in die Zone. Selbst wenn uns jetzt jemand erschießt von hinten. Ist eine geile Runde. Ist das meine in Lila? Äh, ne. Die läuft ja auch nur so. Also wie gesagt, die hier finde ich so geil. Kampfschrotflinte, nicht Jagdschrotflinte. Was labere ich denn? Ist das nicht mehr Jagd? Ich finde die so cool. Ich mag die so sehr. Ich habe die damals gemocht, als die rauskam. Da war sie, glaube ich, noch ein bisschen OP. Aber ich finde sie immer noch geil. Cool. Geil sagt man nicht. Ja, ja. Das ist ja meine Lieblings... Ne? Salbengewehr. Hehe. Äh, ne. Geile, stabile Runde. Das ist ja richtig nice. Die sind ja mir alle entgegengekommen. Und waren ja richtig, richtig... Nein! Was mache ich? Nein! 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 Was war das denn? Äh, okay. Also ich war gerade in Panik, weil ich blöd bin. Was war die Ausrede von ihm? Meine? Meine? Ne, das war ohne Scheiß. Ich war gerade so in Panik, weil ich wirklich alles nur Scheiße gebaut habe. Ich sterbe bestimmt gleich. Ich schieße nur einer in den Rücken, ey. Ey, jetzt mal ohne Scheiß, wer so blöd ist, wie ich überlebt. Das war jetzt aber keine Leistung von den Toten Nummer 7. Ey, das kommt nicht so arrogant vor, weil man so eine Easy-Kill-Runde hat. Okay, also von mir aus könnten wir sterben. Sieben Kills. Zur Runde Nummer 2. Die erste vier. Ich bin mehr als zufrieden. Soll ich mich wohl mal easy auf mich zukommt. Also Scheiß, wenn mich jetzt einer tötet, bitte. Ich bin mit der Runde mehr als zufrieden. Sieben Kills. Das war easy Kills, ey. Ich beschwere mich ja nicht. Ich finde es ja irgendwie cool. Ich bin ja gerade für voller Euphorie. Aber ich glaube, das waren Noobs oder Bots. Ich höre was, aber ich sehe nichts. Ich brauche eine Brille. Okay, da und da. Ach, da und da. Okay. Mal runter, kontakt. Okay, ich sterbe auf jeden Fall. Ich habe nichts zum Heilen. Fischi. Ich glaube, der macht volle Gesundheit, ne? Ne, nicht ganz, aber... Alter. Wow, was ist das? Was bringt der? Okay, aus meiner Sicht gar nichts. Wow, äh... Hau, eine 8-Kill-Runde. Also entweder ist das reine Noobs. Äh, oder ich bin immer nach zum Gott geworden. Nein, das ist auf keinen Fall. Boah, der wollte mich rasieren mit dem Rotor. Und ich kriege den noch, ey. Boah, geile, geile Kill-Runde. Runde Nummer 2 ist ja geil. Alter Schwede, ey. Kann ich das abbauen? Ja, fühlt sich so an. Äh, äh... Äh... Okay. Ich höre was? Nein, das war ich. Scheiße. Äh... Pfff. Ja, also wie gesagt, wer will ich töten? Kommt her. Ich habe gerade so volle Energie. Äh, oh, ich laufe mich falsch richtig. Ne, oh scheiße, ich laufe mich falsch richtig. Ich töte mich selbst. Oh man, ey. So aus eigener Dummheit wollte ich jetzt nicht sterben. Ich hätte eher gedacht, dass mich jemand töte. Ey, eine geile Kill-Runde, Mann. Wo sind die Gegner? Ich muss sterben. Das klingt so komisch. Aber ja, ich hätte jetzt mit 8 Kills kein Problem zu sterben. In dem Video insgesamt 12 Kills oder so. Mit 2 Runden. Ja, ist doch geil. Hatte ich doch mal so eine hohe Kill-Runde? Nee, ne? Oder? War das nicht nur ein Video 7? Ich habe eine Münze gefunden. Ich weiß, dass gleich irgendjemand mich von oben oder unten wegkrotzt. Rabel. Versuchen wir uns doch mal die Münze zu holen. Die sieht cool aus. Was ist das? Was ist das? Okay. Das war's. Das war nicht mal drauf angelegt. Danke fürs Zusehen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Einen guten Morgen, einen noch besseren Abend. Ich bin hier mit raus. Peace. Peace.